So, Augen zu und dann... ...gekrönten Access Tower, hier sieht man die Details, kann ich nur bestätigen. Mach ein bisschen weiter runter. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch im Urlaub in Kroatien arbeiten würde. Hier haben wir den Andreas Döring von der Firma LUP aus Deutschland und haben hier in Kroatien, in Wirr, direkt am Strand, hat die Firma LUP deutsche Qualität Häuser gebaut und da gehen wir jetzt durch. Nur das Problem ist, schon über 50% sind verkauft, Stand Mitte Juli, was haben wir heute hin? 23. 22. Juli 2021. Deswegen, bis es Video-Hondeln ist, kann sein, dass vieles schon weg ist, aber wenn man Glück hat und schnell ist, fangen an, ab 250.000, 3-Zimmer-Wohnungen, unsere Kontaktdaten habt ihr, jetzt gehen wir einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir haben jetzt hier ein paar Wohnungen angeschaut, eine Beispielwohnung aufgenommen, werden von draußen noch, ein paar Videos haben wir auch. Aber Andreas, sag uns doch, warum sollte man auch einer der Glücklichen werden, die genau hier jetzt eine Wohnung kaufen? Klar, unverbaubarer Blick, aber sag doch mal, warum gerade? Weil wir nicht nur das an sichtbaren Qualitäten gesichert den Kunden garantieren können, sondern auch im gesamten Bauvorlauf eine Qualitätssicherung stattgefunden hat. Alle Produkte, die eingebaut wurden, auch ordnungsgemäß eingebaut wurden. Gerade das Thema mit der Abdichtung und Bewerbungsthematik, die sehr oft hier eine große Rolle spielen, haben wir hier ganz gesichert nicht. Wir haben den für uns tätigen Generalunternehmer, der wir ja hier als Investor aufgetreten sind, mit einem eigenen Überwacher, der auch amtlich bestellter Überwacher ist, sondern als reiner Mitarbeiter der Firma LOOP fungiert hat und permanent die Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt hat. Eine, ja, eine hundertprozentige Sicherheit, dass wir mit Vogelrecht kaufen können. Die Qualitäten, die sie hier haben, finden sie in dem Maße nicht. Ja, deswegen auch, das war mit der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, als Primodeus Immobilien nehmen wir das mit ins Portfolio, mit ins Angebot. Weil mit Kroatien, ich liebe Kroatien, ich liebe es dort Urlaub zu machen, aber an Immobilien habe ich noch nichts verkauft oder war noch nicht tätig, weil ich schon Geschichten gehört habe. In Deutschland hat man auch mal Probleme auf dem Bau, auch in Luxus wohnen und alles. Aber wenn eine deutsche Firma dahinter steht, weiß man auch weltweit, dann ist der Standard und auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alles klappt. Der Anspruch ist hoch. Und wir können auch mit Vogelrecht behaupten, dass wir denen gerecht werden. Ja, ihr habt ja auch Namen, in wievielter Generation, die Firma LOOP? Vierte und vierte Generation ist die Firma LOOP Inhaber geführt. Das ist zu hundertprozentig die Familie LOOP, die dahinter steht. Es gibt eine 110-jährige Firmengeschichte, mittlerweile 111 Jahre und von daher... Älter als jeder Käufer. Ich denke, das spricht für sich. Man kann uns auch nachgängig überprüfen und das spricht für die Garantie danach, nach dem Kauf. Perfekt, vielen Dank für die Führung und hoffen wir, dass wir hier bald auch noch für die restlichen Wohnungen glückliche Käufer finden. Sehr gerne. Bis bald, der Andreas steht zur Verfügung, egal wer was ist, ich stelle die Kontaktdaten her. Sehr gerne. Und vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, das über die Firma LOOP vermarkten zu können. Danke dir, bis bald. Bis dann. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.